Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich halte in der Hand das Samsung Galaxy Note 4 und in diesem Video wollen wir uns mal die Kamera-App anschauen. Sie kann entweder über den Lockscreen oder über den Homescreen über das normale Display geöffnet werden und schaut so aus. Das komplette 5,7 Zoll Display agiert natürlich als Sucher. Oben rechts wechseln wir zur Frontkamera. Hier sehen wir einen heißen Fuchs, heiß im Sinne von da sind es ungefähr 150 Grad. Wir können den HDR-Modus einstellen und oben links gibt es dann alle weiteren Einstellungen, dazu vier Shortcuts. Hier können wir dann sowas wie die Bildgröße zum Beispiel ändern und auch einige Effekte darüber legen. Diese schauen wir uns nun nacheinander an, dafür wechseln wir aber wieder in den Selfie-Mode, damit ihr auch mitbekommt, was da so los ist. Es gibt, ich weiß gar nicht wie viele verschiedene, wir gehen sie nun nacheinander durch. Ein bisschen Vignette, ein bisschen Nostalgie, ein bisschen Blauwirz, dann gibt es natürlich noch sowas wie Fisheye und alles mögliche, was wir denn so gebrauchen können. Filter sind ja gerade durch Instagram irgendwie so richtig beliebt. Haben wir sie nun alle durchgeschaut und sie reichen uns nicht, können wir uns noch weitere downloaden, wollen wir aber nicht. Wir können außerdem auch den Timer einstellen und jetzt wechseln wir mal wieder zurück zur Hauptkamera. Es gibt natürlich noch weitere Punkte, wir können per Touch, also per Touch fokussieren. Unten links sehen wir den Zugang zur Galerie und wir haben verschiedene Modi, allerdings ist das hier deutlich mehr aufgeräumt, als es beispielsweise bei anderen Smartphones war. Falls uns diese vorinstalliert nicht reichen, können wir weitere downloaden. Gut, wir können natürlich ganz normal auslösen, das Ganze funktioniert auch schnell, so auch der Autofokus. Gut, wir gehen mal wieder raus aus der App, denn das war es auch schon mit diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit, macht's gut, ciao.